Tja, einfach einen kühlen Kopf bewahren. Oder einfach auch Geduld bewahren. Geduld, bis es endlich mal richtig losgeht. Yujo-senpai, Kirito-senpai. Ich habe auch noch ein paar Fragen von der Klinik-Universität, aber ich kann es natürlich gehen. Tja, ich bin schon lange fertig. So, wir können ja sowieso... Wart mal, wieso ist hier, sagt mir, jetzt ein Feuer? Na, eigenartig. Aber wie dem aus sei. Jetzt werden wir erstmal kurz mal wieder ein bisschen speichern. Achso, wird gerade gespeichert, gut. Dann eben nochmal kurz speichern. Das Spiel wird gespeichert. Und dann werden wir mal... Tja, den nächsten externen Unterricht mal angehen. Aktuell ist ja sowieso ja auch so... Dass wir ja sowieso nix kaufen können. Ist ja leider so. Generell, hatten wir eigentlich hier auch irgendwo Geld gehabt? Hm, eigentlich ja nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. So, mal kurz jetzt hier mal auf den Ladezeiten achten. Naja, die Ladezeiten sind immer noch ein bisschen... ...sehr stark an der Grenze von Gut und Böse. Aber was soll's. Hauptsache, wir machen jetzt mal wieder weiter mit der Story. Hauptsache, es geht mal wieder weiter. Und natürlich auch noch Hauptsache, dass wir natürlich auch wieder kämpfen können. Ist zwar immer noch ein bisschen... ...schade... ...dass wir natürlich ja immer noch solche Ladezeiten haben. Und dass wir selbst nicht gerade sehr viel erledigen können. Oder auch kämpfen können. Aber das wird sich dann, denke ich mal... ...nach einer Weile sowieso jetzt auch endlich mal legen. Also, sobald wir die neue Story... ...des Alicization-Arcs hier haben. Lycores. Tja, aber ansonsten... ...wüsste ich ja, sag wirklich jetzt langsam mal zu gerne... ...was haben eigentlich die Entwickler des Spiels... ...mit all den Updates überhaupt erreicht. Wenn ich das mal so fragen darf. Die Ladezeiten sind hier immer noch ziemlich schlimm. Tja, da mal los. Erledigen wir unser neues Ziel. ...Quest aktualisiert die eigenen Prinzipien. Mal kurz sehen. Mal kurz sehen, mal kurz sehen. Irgendwie laufen... ...kann ich jetzt... Ach so, laufen konnte man ja, sag ja doch noch. Aber wenn man den linken Stick gedrückt hält... ...tja, dann mal sehen... ...was jetzt eigentlich überhaupt... ...die nächste Mission ist. In etwas... ...in über 200 Metern. Okay, das war falsch. Okay, das ist nicht gut. Das ist nun wirklich nicht gut. Wir... ...sind hier vollkommen vom Schuss abgekommen. Ja, und wir scheinen jetzt hier auch nicht... ...wieder hoch zu gelangen. Das gibt's doch nicht. Werden wir jetzt in dieser K.O. gehen? Na gut, dort drüben können wir immer ein... ...ja, hochrennen. Hm, scheint wie es aussieht dann immer noch... ...im guten Bereich zu sein. Roni! Tja, das ist noch ein Ziel. Roni, bist du bereit? Ja! Klar doch, jetzt zeig dir mal... ...wie gut ich den Einkratz, den ihr geübt habe. Also los, Tis! Ich gebe alles, um dich zu unterstützen, Yujiro. Oh mein Gott. Hm. Also irgendwie bin ich hierbei jetzt... ...vollkommen... ...warte mal, das war als wäre der K.O. wieder falsch. ...warte mal, das war es mei... ... ...warte mal, das war jetzt. Das war's. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Mina! Ruchika! Ja, ich bin okay. Zerr T shiny Ich geh ja und die Z allen Na dir keine Ahnung. Du bist mein Zuch? Das ist meineidenschaft. Das ist genau. Nein. Ich bin ja sagt, Sie sind nicht dabei. Ja, das ist nicht sicher. Ich weiß nicht. Sie sind nicht admin. Ich bin frei, ich bin frei, aber es war gut. Ich habe mich, das ist das, was ich. Ich werde mich weiterentwickeln. Ich werde mich wieder mit dabei sein. Ja, natürlich. Ich werde mich auch, dasselbe ich mich. Ich werde mich auch, Yuzio. Ja, das stimmt. So, mein Ziel ist es. Ich komme zurück in der Schule. Akademie. Aber, was ich natürlich jetzt erstmal überprüfen will. Wie konnte man jetzt eigentlich noch die anderen Techniken aktivieren? Tja, wie konnte man jetzt noch den Vertikal-Hieb aktivieren? Oder natürlich auch den Überschallsprung? So konnte man das noch machen. R1 gedrückt halten. Und dann den jeweiligen Knopf drücken. Gut, gut, gut. Dann weiß ich das jetzt wenigstens auch mal wieder. Tja, dann weiß ich das jetzt wenigstens auch mal wieder. Wie das Ganze richtig zu machen ist. Okay, es funktioniert immer noch alles so, wie es sollte. Hört sich zwar jetzt auch wieder blöd an. Aber so ist es nun mal. So, und konnten wir eigentlich nicht auf der Karte irgendwie auch... Was habe ich dann jetzt gemacht? Irgendwas anderes. Aber konnten wir jetzt nicht eigentlich auf die Karte zugreifen? Ah, warte mal. Wir können auch eine Schnellreise machen. Das hatte ich auch total vergessen gehabt. Hm, wenn du das nächste Event startest, kannst du dein Level nicht erhöhen, bevor du auf einen starken Gegner triffst. Willst du wirklich fortfahren? Ja. Wird zwar jetzt eine klitzekleine Herausforderung dann werden, aber hey, was soll ich denn sonst machen? Ich kann bisher überhaupt keine Kräuter einkaufen. Ich kann bis jetzt überhaupt nicht so viel einkaufen. Dann können wir auch jetzt das nächste Event starten. Sofern natürlich das nächste Event jetzt am Laden ist. Und generell, das nächste Event ist sowieso auch wieder einst, ein richtig großer Story-Abschnitt. Und außerdem, durch stärkere Gegner kann man sowieso dann auch noch stärker leveln. So sehe ich es jedenfalls. Ah, sieh mal ein Tastenanzeige. Äh, mal sehen. Überspringen aktivieren, Tastenanzeige wechseln, Event überspringen, überspringen. Automatisch wäre L2. Bis zum nächsten Mal. Ich habe eine Frage, was ich? Was? Was ich? Es ist sehr schwierig, aber... ... dass ich... ... dass ich... ... für die Veränderung des Veränderungen... ... und ich möchte... ... dass ich... ... dass ich... ... oder... Was ist das für Kirito? Nein! Wir sind nicht so großartig. Die beiden von Kirito gibt es sehr viele Leute. Nein, das ist nicht so... Ich möchte, dass ich mich für meine Kirito ist, der Kirito-Kirito-Kirito. Fure Nika Moment, wer ist Frenikas Mentor? Ge-Zek ist das? Ich habe keine Hörnirka, und er hat einen Körnirka, und er hat einen Körnirka, und er hat einen Körnirka. Eher ist das so? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe mein Vater gesagt, dass ich mein Vater hatte... Ich habe einen kleinen Körnirken, und ich kann nicht sagen, dass ich nicht mehr so sein kann. WDR mediagroup G-Zek 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 WDR mediagroup G-Zek WDR mediagroup G-Zek WDR mediagroup G-Zek G-Zek WDR mediagroup G-Zek WDR mediagroup G-Zek WDR mediagroup G-Zek WDR mediagroup G-Zek 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 G-Zek